Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Sea of Thieves. Neues Abenteuer. Lou for Shadow ist schon gerade. Oh, Lou for Shadow ist schon gerade, worum es geht. Stitcher Jim, der alte Jimmy Joe Jim Bob ist hier aufgetaucht und Larinna will was von uns. Larinna hat eine Krise. Ah, es soll reden, genau. Genau. Hey Captain, es dachte mir schon, dass es sich erwische, wenn es hier lange genug warte. Bill hat nach dir gefragt. Sie sagte etwas über Stitcher Jim. Wer ist dieser Stitcher Jim, von dem du erwähnt hast? Ich habe noch niemals von einem gehört. Wenn du Stitcher Jim nie über den Weg gelaufen bist, solltest du das glücklich schätzen. Er hat fast jeden, den er jemals getroffen hat, ausgetrickst oder verraten. Einziges ist Grace und das Bündnis des einsamen Ufers. Nie gehört. Er pflegte damals die Gebote des Goldsammlers zu erfüllen, bis ihn seine Vergangenheit einholte. Er wurde in Devil's War für tot erklärt und zurückgelassen. Und dort traf er einen maskierten Fremden. Es weiß nicht, ob Jim wusste, dass die Walfenschmieden unter dieser hübsen Maske steckte. Im Ernst, es müsste bis an ist drüber nachdenken. Aber es weiß, dass sie Jim einen erneuten Eidschrown ließ, Captain Flameheart zu dienen. Damals haben sie uns alle zum Narren gehalten, als sie die Vorräte umleiteten, um das Versteck des Schnitters zu erschaffen, um Geheimen arbeiteten, um Flameheart zurück zur Sea of Thieves zu bringen. Und dann, nur als er nicht mehr nützlich war, warnt es, ist Flameheart angeblich gegen ihn. Sitz aus dem Flur und seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Aber wenn du missfragst, hat er immer noch nicht alles gekriegt, was er verdient. Okay. Wir werden also gesucht. Belle fragt nach uns. Das ist richtig. Belle will deine Hilfe über der Lierer-Bachbund. Ich weiß nicht, was sie da hat, aber wenn Stitcher Jim involviert wird, wird es zu Probleme führen. Schau dir zurück. Werden wir. Auf geht's. Zur Fortsetzung. Au. Au. So, wir gehen unterwegs an eine kleine Stiftvisite bei Crackens Fall machen, um Piggy und Glückspft abzuholen. Und werden hoffentlich nicht so peinlich ermordet wie beim ersten Versuch. Vielleicht finden wir auch ein Hühnchen. Hühnchen gibt es auf Crackens Fall nicht, aber vielleicht auf Leid's Blackbone, das weiß ich gerade nicht. Dann machen wir ein Trade-Angebot, wenn Leute ankommen. Die kriegt unser Huhn und dafür überlassen wir uns am Leben. Trade-Offer. Ihr kriegt Hühnchen. Wir kriegen Leben. Handelsangebot. Ich erhalte Bananen. Du erhältst Militärdiktatur. Ich hab gehört, wir sind in das Schiff vorne. Ja, ja, lass uns ein bisschen weiter sammeln. Richtung legendärer Unglückseliger gehen. Es wird die neuen, die neuen, ähm... Aber die ist legendärer Unglückselig, glaube ich. Egal. Ich finde die neuen, äh... Das wäre mir tatsächlich nicht so wirklich aufgefallen. Naja, zum Beispiel, ähm... To seal away his boundless fire shall find themselves upon the pyre. Nein, das passt immer noch. Oh. Ja, ist nur, die anderen sind wenig länger. Obwohl, nein, 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 das ist nur, stopp, wo ganz viele Punkte. Wir sehen genau, das ist mal komplett falsch. Was? Ja, ich hab die falsche Insel in meinem Blick gehabt. Oh, okay. Ja, den Text, den ich da gelesen habe, bei der Hälfte der Sätze benutzen die Enter, äh... Kommas und der Rest sind... Und dann bei der anderen Hälfte sind so Punkte, sodass es halt... Ah, dann ist ein Formatierungsproblem. Ja, das ist ein Formatierungsproblem. Gut, drehen wir die Segel. Aber dass wir ein bisschen Wind bekommen. Huste ist oder... Nein, wir alle husten, das Schiff brennt ja vorne ein bisschen. Ah, deswegen hustet jeder? Ja, wenn das Schiff, auf dem wir stehen, brennt, dann ja. Ja, okay. Ich glaube, unterdeck es gerade, wir sind Flammen aufgegangen. Nein. Okay, jetzt brennt der Buch. Nicht auf meiner Sicht. So, Stitcher Gym ist wieder aufgetaucht. Es geht also mit der Flame-Up-Plotline weiter. Wo ich immer auf der Ansicht bin, das sollte kein zeitbegrenztes Abenteuer sein. Das sollte eine Toll-Tale werden. Aber erst mal müssen wir Piggy und Glückspufft abholen. Ja. Weil uns nichts vergrennt ist. Ich sehe gerade, du hast die Wetermaschine als letztes kaputt gemacht. Ich habe was kaputt gemacht? Die Wetermaschine. Ja. Was? Das Schiff ist ausgegangen. Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich die Wetermaschine früher ausgeschaltet hätte? Ich glaube gar nichts. Gut, dann habe ich alles riesig gemacht. Gut. Ich blubb ein Wasser. Ah, nass! Es ist ein Wasser im Boot. Wasser im Boot. Doppelt nass. Da kann ich so das Wasser rausziehen. Nein. Verdammt. Was du aber kannst, ist, wenn du vorne vor dem Kartentisch stehst, oder hier in der Mitte, du kannst... Okay, ich glaube nicht, dass du es hier durchschmeißen kannst, aber vorne beim Kartentisch kannst du es auf jeden Fall durch das Gitter schmeißen. Das Wasser kann durch... Das Wasser kann durch die Gitter durch. Das macht keinen Sinn, aber okay. Oh, das geht. Das heißt, du kannst von dem Unterdeck Wasser rausschmeißen. Ist auf der... Schalupe teilweise nützlich, aber auf der Galleon ist es unglaublich nützlich, weil man weniger Strecke laufen muss. Vorne einziehen, hinten halb. Okay. Diesmal verstecken. Diesmal gehen wir auf die andere Seite der Insel. Ja. Was meinst du? Diesmal ist noch nicht vorher passiert. Genau. Wir hatten nicht einen Take, wo wir direkt massakriert wurden, während wir Piggy geholt haben. Genau. Okay, ich guck mal, ob ich was Grönes finde gleich. Genau. Oh. Wuff. Ja, wo Hund will rein, weil Nachbarn machen Party und es ist laut und da knallt es zwischendurch und Hund hat Angst vor lauten Knallen. Ah, noch kleine Ashley. Oh, das muss ja rein. Das ist ja wieder. Da ist ja vorne schon eine goldene Schlange. Meinst du die gelbe? Genau. Genau, das ist eine goldene. Gut, ich muss einen Piggy suchen. Genau. Oh no. Was leidest du gerade? Es wird wieder dunkel. Jetzt sehe ich die wieder nicht. Sie ist eine Schlange. Pfeift mich nicht an. Nein, Mistvieh. Wieso kriege ich die Leiter eigentlich niemals? Ich habe gesagt, nö. Das darfst du nicht haben. Hier ist ein Keg. Ich habe gehört, das ist nützlich. ziemlich sicher. Ich finde kein Schwarz. Nein, es ist ein normales. Pink and Black spotted. Das ist schwarz. Ich lade schon mal in den Strand. Schau, ob ich eine Leiterkiste oder irgendwas cooles in der Nähe irgendwo finde. Ich finde kein Piggy. Passionskiste. Also Piggy, ein Pig allgemein habe ich schon gefunden. Nein. Ja, Piggy ist immer komplex auf seine Art und Weise. Oh, Mango. Oh, Mango. Und hallo, Lagerkäste. Hast du doch wirklich den englischen Text vorgelesen? Was? Hallo, Piggy. Hallo, Piggy. Felix, nehm ihn. Was mit ein bisschen Du? Nein. Lass, lass dir eine lästigen Phantomgriffel von unserem Schwein. Und von Phoenix auch. Ich wollte gerade schon sagen, hallo. Wir haben Piggy den siebenfünfzigsten wahrscheinlich. Oder es ist der achtfünfzigste wahrscheinlich. Wir haben die Strichliste verloren. Irgendwann bei vierundzwanzig oder so. Und seitdem raten wir ja, als wir zählen. Es ist immer der siebenfünfzigste. Oh, nein. Oh, Gott. Es tut mir leid. Ich habe wussten, dass es ihre Wohnung ist. Was? Was hast du getan, Luf? No, du weißt was? Fuck you. Fuck you. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. Das ist unser Schiff, ja, ne? Nein, nein. Nein! Ich verstehe. Lufs Einbruchbemühungen wurden nicht wertgeschätzt. Naja, nein. Es ist ein Krabbenkrabbler gewesen. Und die hatten es eingeengt und es wollte wegrennen. Aber dann habe ich das Skispürfass gesehen und wollte das Skipürfass nehmen. Und die mit Kamikazen habe ich es auch gemacht, aber es hat nur einer gewiss. Weil er mit Zug geschlagen hat. Kamikaze überhaupt das richtige Wort? Ja. Hey, ich bringe grüne Flamme mit. Immerhin. Abeluf Kamikaze ist das richtige Wort. So. Oh, das ging schnell. Kannst runterlassen. Halt auf damit. Oink, oink. Die Entoinkle ist mal. Bevor die Schlange hier verbrennt. Ja. Äh, das ist nicht das Geräusch, das das Schwein macht, wenn es hungrig ist. Egal, es hat Hunger. Okay. Es muss gut ernährt werden, es muss groß und stark werden. Genau. Damit man das Schiff irgendwann mal selber fahren kann. Das wäre schon echt lustig, wenn Piggy das Schiff fahren könnte. Aber was ich jetzt kaum sehe, ist, dass die Ginse gleich eine Kanonkugel ab sitzt und einfach nur Piggy tötet. Ja, tötet's. Aber dann ist ja alles nur fair game. Das ist mein Hauptwerk, der Seemanns geht da hoch. Jemand hat versucht, die Schwefelmine zu bauen hinter dem Tor. Ja. Das war, glaube ich, ähm, der... Das hat irgendwer früher festgestellt gehabt. Ich glaube, das war Saguntum. Die hatten ihre Schwefelmine leergeräumt und wollten die ersetzen, indem sie meine dann nehmen. Aber natürlich kommt da niemand hin, weil Agentus Okkultus 007, der beste und aller tollste nutzlose Abschirm der Weltgeschichte, den scheiß lustigsten Dorfstrom weggeschmissen hat. Der jetzt eh weg ist. Genau. Hoffentlich. Hier, du hast ja jetzt nur noch vier... Octavianus. Genau. Ich hoffe, er bleibt auch weg. Was ist da jetzt schon wieder? Was ist wo? das ist ein Skelett, Gally. Wobei, es ist... Na, es ist kein Sinn. Ah. Ich sehe, was du meinst. Von einziehen, hinten halb und danach einziehen. Also einziehen. Ja, einfach einziehen. Okay. Den zu Belle. Die hat ihre Fantomboje schon wieder da. Musik. Westen. Oh, guck mal, da sind wir ganz viele Fantome. Da liegt irgendwas cooles. Ich guck gerade. Ruderboot oder so. Ich guck gerade. So eine Flasse ist da, glaube ich, oder irgendwas goldnes. Ich treff mich. Wir haben einen Kelch. Vor allem, du hast einen Kelch für die Tetzel gesetzt. Hier, hier. Hier, nimm das. Nimm das. Okay, Luf, nimmst du Peggy mit? Okay. Dann auf zu Belle, solange die Galeone uns noch nicht sieht. Alles gut, Dämonen, Peggy, alles gut. Das ist tatsächlich noch ein Schluppe, die gerade wegfährt. Der schreit bei mir gerade rum. Wo ist Belle? Belle ist ein Stützer, drübenes Versteck. Also hier drüben, wo wir den Hebel ziehen müssen. Wo, wo? Hier, wo ich stehe. Ah, da, wo die... Wo? Hier. Wo mein Arme hoch und runter ist. Ja, den hab ich nicht gesehen. Phoenix, eil dich hier rüber. Ich komme. Oh, da ist der. Den Hebel, den Hebel, den Hebel, den Hebel. Lass mich rein. Lass mich rein, das hat Piggy. Bell. Hello, there. Eine Sache, habe ich nicht geprüft. Gibt es irgendwelche verhandelten Lockbücher, die wir machen müssen? Äh, Abenteuer. Taten. Pergament untersuchen. Oh Gott. Ne, das ist ein... Schnitterspähe. Tagebücher. Woher gesagt, der als hier oder für einmal wiedergebrochen hat. Wir können Tagebücher. Ich muss ganz kurz mal... Ich muss ganz kurz das Kluge... die Kluge... Oh Gott. Was? Hast du gerade vor Böller erschrocken oder was? Ja. Ich suche gerade die Kluge Karte raus, um zu raus, ob die Kluge-Bücher irgendwo sind, wo wir sie nicht finden. Hey. Okay. Was? So. Was? Was ist denn so raus? Was passiert? So. Okay. Das ist meine Schuld. Doch, du hast dich umgedreht. Belle. Ja, wir werden dir Nachricht erhalten. Du brauchst Hilfe. Ich bin glücklich, es hat dich erreicht. Zeit ist gegen uns. Aber ich habe gesagt, du kannst niemals zu kautisch sein, wenn du mit Stitcher-Gym zu beschäftigen. Ich bin sicher, dass du Fragen hast, aber wir müssen swift sein. Wenn was ich gelernt habe, ist wahr. Flameheart's Rebirth ist viel näher, als wir dachten. Okay, ja. Es ist gut, zu sehen. Okay. Wir können mit dir reden. Mhm. Ah. Man denke nur, dass solzwistige Wahrheiten in dieser Höhle für Lügen begraben liegen. Was machst du, weil sie draußen? Ich habe meine Forschung über die Zeit der Auferstehung fortgesetzt. Ich bin nach wie vor meiner Meinung, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem es die Anhänger von Flameheart ihrem Meister auferstehen lassen wollen. Diesen. Mein Strongsuit. Die älte Prophezeiung ist sehr klar. Nach der Rückkehr von Flameheart wird die Ankunft eines Verboten eines Verboten 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 Vorausgehen des Herolds der Flamme. Alles, was ich gelernt habe, deutet darauf hin, dass dieser Herold tatsächlich Stitzer Zim ist. Und die Beschäftigung und die Besänftigung von Devil's War deutet darauf hin, dass seine Zeit bevorsteht. Und doch sagt Larina, dass Stitzer das Zim geflohen ist, nachdem Flameheart ihn verraten hatte. Ich glaube nicht, dass er jemals hierher zurückgekehrt ist, noch wurde er seitdem auf den Meeren gesetztet. Wir können uns nicht leisten, den falschen Mann zu verfolgen, sonst könnte der wahre Herold durchs Netz gehen. Deshalb bitte ist es um Helfer. Was genau ist das für ein Ort? Wir waren jetzt schon, aber fragen wir mal. Man könnte es ein verlassenes Rattennest nennen. Oder um es deutlicher auszudrücken, dies war das Versteck von Stitzer Zim, während er Flameheart gedient hat. Als es ankam, war er es seit einiger Zeit eindeutig verlassen. Aber es fand vieles über eine alte Prophezeiung, das wahrscheinlich von Stitzer was von Zim selbst geschrieben wurde. Das muss Teil eines größeren Plans des Waffenschmieds gewesen sein. Das Versteck des Schnitters zu arresten, Flamehearts Geist zu befreien und Sim auf eine unfreiwillige Rolle als Herold vorzubereiten. Aber es ist merkwürdig. Laut dem, was Arthur mir erzählt hat, wurden Flamehearts Überrest zerschmettert, als sein Geist entfesselt wurde, gespalten durch das Schwert der Seelen. Ohne einen intakten Körper, geschweige denn sein Herold, geschweige denn, denn sein Herold sollte es für Flameheart keine Möglichkeit geben, seine physische Form zurückzugewinnen. Offensichtlich habe es noch viel mehr zu entdecken. Okay. Wir müssen also Jimmy Joe Jimbop jagen. Deweils. Deweils. What the fuck? Okay. Cool. Dann geht's auf. Das ist ja die Kombination, aber dann müsst ihr hier ran. Die Kombination. Die Lage ist übrigens verpackt. Was? Oh. Wie? Ich habe die da hingestellt. Das ist Teil der Wall. War da irgendwas Gutes drin? Brauchen wir die Pigamente hier? Da waren Bananen drin. Brauchen wir die Pigamente hier? Wahrscheinlich schon. Hier. Um die Zeit der Auferstehung wird von einem vorhergesagt, dass der als Herold der Flame wiedergeboten wird. Hier ist noch eins. Oh. Der Brennende wird nicht einen Moment der Erscheinung begehren, sondern eine Zeit der Auferstehung. Erstmal gucken, ob hier noch mehr sind. Errollen wir den ganzen Laden ja mal leer. Ist eine Hängematte. Hier ist noch welches. Aber es wird einen geben, der hinter den Schleier laut und sich bemerkbar machen wird. Der Mond wird an einem Tag wie keinem anderen aufgehen, wo der Schleier durchbrochen ist. Wir haben bisher vier gefunden. Hier ist einer noch. Ja, der ist für der Erste. Der oben, den habe ich. Aber hier waren zwei. Ach, da waren zwei. Ja, es gab den hier und es gab den hier. Wo ist der fünfte? Der war fünf. Zwei. So, dann gab es hier oben drei. Hier vier. Den hier habe ich nicht gesehen. Geister und Seelen werden unter unsere Sippe wandeln, auf das sie geert werden und in Erinnerung verbleiben. Ich bin da für irgendwas. Ich weiß nicht. Ich prüfe mal kurz. Abenteuer. Taten. Versteckte Schnitterspeer. Jimmy Joe Jimbobs Tagebücher, von denen es drei Stück gibt. Okay. Ich finde alle Visionen. Das ist wohl Festesteil. Okay, dann geht es wohl weiter. Mhm. Gut. Hier waren keine weichen Sachen, außer die Pergamente, wie es aussieht. Aber die Pergamente scheinen wir für nichts zu brauchen. Hey, guck mal nach links. Nun, das geht uns gar nichts an. Wir müssen nach Devil's First. Da ist ein Boy. Hier ist eine Banana. So, in der Tasche. Belastend. Yeet. Zieh mich. Zieh mich. Nein, nein. So. Devil's First ist in Devil's Roar wo auch sonst. Oh, was ist, was ist, was ist, was ist. Und dann finde ich gleich mal heraus, wo die Journale sind. Und die Schnitter. Mach mal runter, wa? Einen Moment. Ja. Und dann könnt ihr die Segel direkt ausrichten. Was kriegen wir überhaupt für dieses Abenteuer? Haben wir Rückenwind, ja. Ja. Wir kriegen Jimmy Joe Jimbobs Jacke. Oh. Und den Löscher der Flamme. Die Jacke kriegen wir mit der Halskette, die den Finger hat. Nicht mit der, mit dem, äh, Edelstein. Mit der, äh, Flamme. Lol. Wieso den Schein? Ja. So. Ziggy stand sehr gefährlich da gerade. Oh. Ups. Das wird wohl Teil der Story sein. Ja. Finde alle Visionen von 17.000. Verspüren. Okay. Wir müssen gucken, wo wir die Teile finden. Ich hab die Karte aufgemacht. Ich weiß, wo die sind. Weiß. Mach dich sinnvoll und setz dich hin. Ah, ja, stimmt. Da war es. Mit Meilensteiner. So. Ah. So. Devil's Purse ist unser Ziel. Schmuck wäre immer noch eine schöne Sache hier in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob wir jemals noch weitere... Weißt du, wir kriegen sowieso schon keine neue Kleidung für die vorhandenen Slots. Ich weiß nicht, ob wir jemals noch weitere Slots kriegen. Wer? So. So. Hat die Party aufgehört? Ich höre keine laute Musik mehr. Oh nein, die Musik fängt wieder an. Okay. War nur Einbildung. War nur Einbildung. So. Was. Vielen Dank.